Hi, ich bin Thies vom Blog Uberding. Ich bin heute mit Vodafone in Barcelona, um mich mit Frankie Zapata, dem Erfinder des Flybots zu treffen und um seine unglaublichen Erfindungen selber auszuprobieren und um noch viel verrücktere, futuristischere Dinge mit ihm zu erleben. Ich habe die Idee von der Flybots in Juli 2011. Und dann, am ersten Tag, ich habe meine Füße auf, habe ich nur gedacht, um die Hose und die JetSki zu entfernen, um alles über die Welt zu fliegen und zu werden, um sich frei zu werden und zu werden, wie ein super-humaner. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.